Was heißt das? Hallo. Hallo. Ich bin Hattier. Sehr erfreut, ja. Da ist Michelle, meine gute Freundin. Tschüss. Hallo, liebe Dijudo-Freunde. Ich möchte einen guten Freund von mir vorstellen. Hallo. Das ist ein Haar-Animal. Hallo, liebe Dijudo-Freunde. Ich möchte einen guten Freund von mir vorstellen. Das ist Hattier. Hallo. So, why do I introduce my good friend? Are we good friends? Of course. Okay. That's good. Also, warum stelle ich denn meinen guten Freund vor? Sind wir gute Freunde? Ja. Good. I had so much fun with you and my daughter. It's the whole video. It's about being a child again. to play the Dij, the water, in a minute, with fun. Also, das ganze Video geht um den Spaß, den wir beide zusammen hatten. Ja, den hatten wir. Du und meine Tochter. Ja, ja. Und wie man das Dij mit Spaß spielen kann. Wieder wie ein Kind. Ein Dij? Was ist das? Sag ich gleich. Okay. So, Haar-Animal. Haar-Tier. Yes, that's me. We'll go on to a journey with me. Journey? In a minute. And we invite you to come with us. Ja, Haar-Tier. Das bin ich. Und ich? Wir gehen auf eine Reise. Und wir laden dich ein, damit zu gehen. Na los. Was ist ein Dij? What is a Dij? So, this is a didgeridoo. Short, a ditch. Looking strange. You humans do things very hard to understand for me. Ja, das ist ein didgeridoo. Sieht komisch aus. Jeder Mensch macht ganz merkwürdige Dinge. Schwer zu verstehen. So, yes. This is what I am teaching. This is one of my professions. Das unterrichte ich. Das ist einer meiner Berufe. Really? And what do you do with it? And what do you do with it? Wirklich? Was macht man damit? You blow into it. And you are making sounds. Man bleibt da rein und macht Töne. You want to try? Willst du es versuchen? No. No, no, no. I don't want to embarrass me. No, no, no. Willst du es versuchen? Nein, 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 nein. Ich will mich nicht wirklich lächerlich machen. Nein, 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 nein. Das macht aber Spaß. It is fun. How can this be fun? Wie kann das Spaß sein? Soll ich es mal zeigen? Well, should I show it? Ja, vielleicht. Okay. Okay. So, do your thing. I do. I help you. Okay. So, what do you do with it? This. You're humans. Ja, was macht man damit? Das. Ihr Menschen. So, show me. Zeig mal. Oop. I have to hold it for you, huh? Ja. Wow. Did you like it? I don't know. I don't know. Hast du es gemocht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Nochmal? Again? Warum nicht? Hältst es fest, do you hold it? Right, yes. So. Ah. Is that all? Ist das alles? Nein. Do something else. Mach was anderes. Ja, das war anders. Ja, ich kann das hören. Ja, das war das. Das höre ich. Ich möchte über dich und mich sprechen sprechen. Willst du über dich und mich sprechen? Why? I think there is something interesting. Warum? Ich glaube, das ist etwas Interessantes. What? Was? I think you and me, we are very much alike. Are you crazy? You are not yellow. And you are not an animal. True. True. Ich glaube, wir sind beide sehr ähnlich. Verrückt? Was? Du bist doch nicht gelb und auch kein hart hier. Definitely not. Sicher nicht. Yes. Yes. But look at yourself. And look at me. What about it? Ja. 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 Guck dich mal an. Guck mich an. Am I ja. Ja. Du bist dann ein bisschen sehr mitgenommen? Du bist mitgenommen, ich auch, okay, ja, ja, ein bisschen kann man das so sagen. Und ich denke, wir sind in vielem sehr ähnlich. Ich denke, wir sind sehr ähnlich in vielen Dingen, wie Filmen, wie Filmen, ja, aber ich mache nicht diese Art von Musik, aber ich mache nicht diese Art von Musik, ja, so, my point of this video is, you said that before, also mein Punkt in diesem Video ist, das hast du schon gesagt, ich glaube, viele Musiker sind so ernst, so serious in what they are doing, and especially I feel this in the field of Didgeridoo playing. Was ist ein Didgeridoo? Das. Ah, ja, ja, ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass gerade beim Didgeridoo-Spiel viele so ernst sind. Was ist ein Didgeridoo? Das da. Ah, ja, ja, ja. Und ich denke, ein bisschen Spaß ist, was wir in Musik machen sollten, besonders beim Didgeridoo spielen. Warum schaust du mich immer an? Gut. Also, wir haben uns kennengelernt. Yeah! We got to know each other. Yeah! And it was fun. So, let's see what journey we will take on. Also, schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Are you finished now? Talking, 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 talking. Humans. Bist du jetzt fertig? Immer reden, 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 Menschen. Okay. You want to say something for goodbye to the audience? No. Something? No. Okay. Willst du was zum Abschied sagen? Ah, ah, ah. Irgendwas? Nein. So, it was a nice first time. Let's see what will happen. Ja, ja. You said that before. Also, es war ein schönes erstes Mal. Schauen wir mal, wohin uns das führt, hm? Ja, das hast du schon gesagt. Dann wink doch mal. Wave goodbye. How? With your arm. Bye. Winke mal zum Abschied, wenn du magst. Wie denn? Mit deinem Arm. Oh. Strange. Merkwürdig. So. Ja. Bye. Did you hear that? Bye. Good? Ja. Tschüss. Habt ihr das gehört? Tschüss. Alles gut? Ja. See ya. Wiedersehen. Tschüss. Ja. 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 Ja.